Unsere Babywanne CX3 ist das perfekte Wohlfühlnest für die ersten Lebensmonate deines Babys. Durch den speziellen Gestellaufbau und den Adapter sitzt die Babywanne CX3 ein ganzes Stück höher auf dem Gestell. Dadurch kannst du dein Baby besonders rückenschonend hineinlegen und herausheben. Die CX3 hat eine XXL Liegefläche von 80 x 39 cm. Ärzte und Hebammen empfehlen Babys so lange wie möglich flachliegend zu transportieren, bis sie selbstständig sitzen können. Die CX3 ist hierfür besonders lange nutzbar, denn auch großgewachsene Kinder haben lange Platz darin. Und selbst wenn dein Kind aktiver wird, durch die hohen Seitenwände liegt es sicher und geschützt. Die Komfortmatratze ist atmungsaktiv und allergikerfreundlich. Der Bezug besteht aus cellulosehaltigen Tencel-Fasern, die Feuchtigkeit optimal absorbieren. Das sorgt für ein trockenes und gesundes Schlafthema. Die Rückenlehne der CX3-Wanne lässt sich um 15 Grad hochstellen. Durch den leicht angehobenen Kopf hat ein Baby aus dem Kinderwagen einen besseren Blick auf die Welt und kann leichter mit dir interagieren. Schutz vor der Sonne, Wind und Wetter bietet das XXL-Verdeck mit herausklappbarem Sonnentopp. Bei Reißverschluss kann man das Verdeck sogar zusätzlich nach vorne verlängern. Auch ein Windschild lässt sich bei Bedarf hochklappen. Reflektoren am Verdeck erhöhen die Sicherheit. Es sorgt dafür, dass man deinen Kinderwagen auch in der Dämmerung oder Dunkelheit gut sieht. Die gesamte Wannenabdeckung ist aufnehmbar. Dadurch ist die Wanne bei wärmeren Temperaturen besonders luftig und ein Kind hat viel Bewegungsfreiheit zum Strampeln. Im Verdeck lässt sich ein Sichtfenster öffnen, das mit einem Fliegennetz geschützt ist. Das sorgt für bessere Luftzirkulation im Wanneninnenraum. Der Wannenboden hat ein integriertes Belüftungssystem zum Schutz vor Staunässe. Abstandshalter schützen beim Abstellen der Wanne vor Feuchtigkeit und Schmutz. Für einen platzsparenden Transport lässt sich der Wannenkorpus flach zusammenfalten. Dadurch kannst du die CX3 platzsparend verstauen. Die CX3 Wanne wird absolut stabil auf dem Gestell festgeklebt, sitzt aber bewusst nicht komplett starr, sondern so, dass sie beim Schieben flexibel in alle Richtungen schwingt. Dieses sanfte Mitschwingen absorbiert Stöße und liegt dein Baby sanft in den Schlaf.